Okay, aber ich glaube, das Setup scheint fertig zu sein. Ich mag darauf achten. Welches Board die nehmen? So, Spielfiguren. Mario, Donkey Kong, Luigi und Peach. Und Peach. Hier ist Daisy. Es wird Battle Royale werden. Es ist schwierig zu erinnern, wie viele Schritte du gehst. Welches Item bekommst du? Welche Richtung du gehst? Und wir spielen auf Woody Woods. Und Rifford? Ja. Ich bin DK. Dann Mario. Dann Luigi. Und dann Daisy. Jeder kriegt 10 Münzen. Ich bin DK. Ich bin Daisy. Hi, ich bin Daisy. Also wir spielen auf Woody Woods, denn Woody Woods ist nicht. und Sterne aufsammeln. Habt ihr euch gehört, wo die Sterne gewinnt? Ja? Wahrscheinlich dicht. Ja, ich weiß definitiv, wo die Sterne gewinnt. Ja. 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 Ähm. Es ist quasi von... Sie sitzen in Reihenfolge. Ah, okay. Danke dir. Wie sie vorher waren. Also Babs hier ist Mario, dann Luigi, dann Donkey Kong und dann Daisy. Gut. Crazy Cox. Ähm. Verrückte Zahnräder. Und dann, wahrscheinlich. Hey, du willst, Fuzzy. Ja. Ja. Ich weiß nicht. In der Milchung, entweder Fuzzy. Ich weiß nicht, dass man einen Punkt hat. Warum? Das ist klar. Vierter zu stehen. Ja? Ich weiß nicht. Was passiert? Von? Wie ist restaurant? Du bist gut, Sam. Ja, gut. Du bist gut. Du bist sicher. Ich weiß nicht. Du wirst noch nicht. Du bist ja. Nooo! Let's gooo! All me! Okay, ähm... Duncan hat gewonnen. Nice. Naja, ich alle außer... alle außer Barrio haben gewonnen. Ah, okay. Okay. Sooo! Man kann jetzt ein Item kaufen. Was kauft er? Hils. Äh, Pilze... Babsia kommt nicht von der Flecke. Babsia kommt nicht vom Fleck. Er hat erst der 2 geworfen, jetzt hat er der 1 geworfen. Okay, also Mushroom... man hält halt zwei Würfelblöcke anstatt einem. Um... Wie seht's jetzt an der Reihe? In der 6 gewürfelt. Nooo! Ein versteckter Block! Nice! Dude, was? Und einen Stern erhalten! What a luck! Ich glaube. Ich glaube. Damit kriegst du das hier in Führung. Momentan. Oh, mein Gott. Ja. Ja. Okay, also... Ich glaube, dass niemand von uns ein Highline ist. Es sollte ein All-Week-School-Verses-All-Hier sein. Oh, das ist der Coin-One. Und zwar in die Zeit abläuft. Aber... Okay. Ah! Ne! Luigi war eben... Das wird nix werden. Ne, das wird nix werden. Da braucht man auch ne... Da braucht man auch Augen, um zu sehen, wo man hin will. Oh, oh, Dankenkong ist weit. Und nicht mehr. Ne, ähm... Hammer Bros. Für das Escape Game 4-Boy-Yard, das ist 626 Dollar. Aber ich denke... Finiisch! Was für eine Überraschung. Ja, ja. Also das verspricht wunderbares Chaos zu werden. Da muss man die Coin am Boden sein. Keiner hat Münzen gewonnen. Ich glaube Game Over ist, wenn man keine Münzen mehr hat. Ah... Let's delay going off as much as I can. He went to the door. Ja, no, I didn't bubble. Gamba! Oh my god. Oh baby! Oh god! Und damit ist Dankenkong zurück auf Anfang gesetzt worden. Bye guy! It's not the roulette. It's the chomp. That might be. No, it's not. Uh oh. Uh oh. Uh oh. It should be hard. He got three. I mean, you're just gonna press A anyway. I'm winning. Okay. Go again. How do you say no? I don't know. Figure it out. Oh. I think he fell. He fell. Double or nothing? No. Well. Yes! Let's go! Okay. Äh. Ich glaube wir haben gewonnen. Ja. Weil... Bye guy! Mehr als eine 7 gewürfelt hat. Insgesamt. Und Dankenkong halt noch stehen geblieben war. Nice. Und wir kriegen unsere Münzen zurück. Ja. Mal zwei. Uh. Weil wir gewonnen haben. What a luck. Was für ein Glück. Hey Pups. Ja darf sich mal ein bisschen bewegen. Ja. Okay. Wow. Die Bowser's joint. Okay. Auf nix. No Dude! What? That means it's on the left. Yeah. Oh you man. Münzen gegen einen Stern 파uschen. Zwanzig Stück. Und was macht er auch und damit ist jetzt. Ahhhhhhh Daisy mit Daisy Er ist auf Platz 2 Wahrscheinlich weil Daisy mehr Münzen hat Ja, vermutlich Oho, sie gehen jetzt davon aus, dass die neue Position des Sterns irgendwo Oben auf der Karte ist Allerdings ist es wieder ganz am Anfang Bowser Event und Bowsers Pine Potluck Oh Sexy Bowser, I'm probably broke now Did he do the sexy Bowser? I hope you did Jeder hat Bowser 10 Münzen gegeben Down and right Where am I? You're You should be on the left side somewhere, right? Und Luigi hat jetzt keine Münzen mehr What? Signpice was left, wasn't it? All of the arrow signs, right? Yeah, so you're at the bottom left, probably Yeah, yeah, I'm at the bottom left No I wasn't in the bottom Oh, you're talking to the mole Hahahaha Pay the bill, pay the taxes man Und damit sind jetzt alle Pfeile umgedreht worden Oh, another Bowser Ich glaube es war zwar nicht absolut Okay, Bowser wieder Was kommt jetzt dieses Mal? I can? Please Bowser Revolution What? That's Revolution? Yeah My coins Let's go, my coins I agree Jetzt haben alle gleich viele Coins My coins Yeah Even they divide the coins that everyone has If I was Luigi, I would make a Luigi like Oh no But I don't know what DK says when he loses Yeah Where is two game? Slot sync Ehhh Man muss die meisten Punkte in einer In einem In einem Slot machine style game kriegen 3 2 1 Also müssen beide Also müssen im Prinzip Beide müssen im Prinzip dasselbe Icon erhalten Ja Wir haben wieder seinen Punkte kommen Mario und Donkey Kong Mario und Donkey Kong Was egal ist weil sie auf 0 waren Aber Luigi und Daisy haben schon 2 Punkte Oh 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 Punkt bei Mario und Donkey Kong 3 3 Wow Wie es einfach noch der Last Second Ausgleich war Ahhh Das ist großartig So draws get no one money right? Ja Ja So fair Okay is it right or left? I lost track Because I turned it Yeah Did you actually turn it? I don't know I think I did because it asked for me I can press up and down Did you hear the sound away? What? He paid for it so it should have turned Yeah I paid for something Das ist schon herrlich I don't think it was a bank We got bank of all the This is a tax box Okay 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 What? I think you also paid the tax Yeah Yeah You did So wait is it left now? It must be left Oh god I tried to rate No I just got money Me too I'm losing my money Would you do that? I'm losing my money Would you do that? I'm losing my money I'm losing my money That's nothing Zero Zero What is this a speedrun? I have to get a first of my time Yeah But I don't know This game has a really good speedrun Oh! Item, item Item, item Item, item You can choose the bottom Lucky day It's not a wacky watch Okay Und Mario hat einen Mushroom erhalten Und drei Stück Drei Stück sogar Ähm Mushrooms geben einem weitere Würfelblöcke Ei, item, minigame Item, minigame Item, minigame I got two Würfel 그러kat instead of one I hope it's the baseball That's probably the hardest That's hard to win That's hard to win when you can See the game I think it is I think it is No, it's not Ground pound on Doris back To try and get an item Was it the swinging one? Yeah it's the swinging Wait, what? Ich weiß nicht, was ich mache. Das ist nicht der Swing in Burnley. Ich glaube, der wusste nicht, welches Minigame es ist bzw. was er machen muss. Was er hätte machen müssen, wäre eine Stampfattacke machen. Und dann hätte der Dino nach dem Item gegriffen. Oh, lucky day. Skeleton Key. Weil Skeleton Key öffnet diese Thundera chest. Barterbox. Use the Tray all your items for another person's items. Can be gotten, okay. Bridget Bridges. Man muss eine Brücke zur Insel fertig kriegen und dann als erstes über diese Brücke laufen und auf die Insel kommen. Das wird bestimmt auch super funktionieren. Ja. Oh Gott. Ja. 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 Das wird nichts laufen. Das wird optimal. Ja. 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 Ja, aber es gibt kein Timer. Ja. Das heißt, es wird absoluter Zufall werden, ob irgendjemand dann diesen... Ja, läuft. Luigi hat es fast. Aber nur fast. Ja, da ist noch viel Weg dazwischen. Aber er hört den Fisch springen und versucht das abzuwarten, dass er das... Nein, nicht! Sie holen sich gerade Hilfe vom Donation-Reader, der ihnen sagt wenigstens, in welchen der Quadranten sie sind. Ja. Weil anders ist es halt komplett impossible. Ja, das macht nichts für mich. Hast du sogar den Block gekauft? Nein. Ich glaube, ich habe es nicht so weit geschafft. Auch am Anfang? Ja. Aber nur imagine, wenn jemand tatsächlich zum Block kommen würde... Oh? Ja, sie haben alle den Block in der Hand. Sie wissen das so durch. Es ist, es ist, es ist herrliches Chaos. Es ist wirklich herrliches Chaos. Weil, wenn sie es schaffen, dann schaffen sie es nicht... Dann schaffen sie es trotz, dass sie halt verantwortet sind und nicht wegen ihrem Beantworten. Jetzt gibt es übrigens den Timer. Nach fünf Sekunden. Okay, also das Spiel... We'll play, we'll play, we'll play, we'll play. Good idea. Alright, who made it the furthest? Und keiner gewinnt. Ja, ich wüsste aber auch nicht wie, wann das hier irgendwie gewinnen hätte sollen. Ja. So, äh... Trotz Training Post. Er hat kein Geld für die anderen Sachen. Ja, sie wollen die Magic Lamp haben anscheinend, weil die gut sein soll. Das ist jetzt mir das vorhin mal gesagt, aber halt kein Geld dafür. Ja. Ja. Was hast du denn? Mushroom? Okay, ähm... Na, Magic Lamp würde halt, äh... Jemanden direkt zur Position des Millennium Stars bringen. Okay, Mario. Wenn du es tatsächlich kaltest, werden sie dir cheater kaltest. Und Mario hat jetzt halt einen Mushroom eingesetzt und hat dadurch halt, äh... einen doppelten Würfelblock erhalten. Payt die Taxe? Du payt die Bank. Ja. Und die... Der Pfeil wird wieder umgedreht. Ja, moin. Wie sie jetzt alle das umgedreht haben. Oh, Bowser! Bowser! Was wird's sein? Wie haben wir schon so viele Bowser-Plätze bekommen? Sind alle genau aufs gleiche Bowser-Feld gelaufen. Es war ein Bank? Ja. 10 Münzen für Bowser! Ich hatte etwa 1 Kino. Ihr könnt alles, was ihr habt... Food, eure Familie, eure Kinder und ihr Haus. Also, es ist ruthless. Äh, ich will nicht ihn lieben. Wie kommt man auf diese Idee das so zu machen? Ich glaube, weil es lustig ist. Es ist nicht optimiert, es ist jetzt nicht ein typischer Popsia Speedrun und gerade das macht das auch so amüsant. Mit hier ist es gar kein Speedrun. Ja du hast recht, es ist halt ein Blindfolded Showdown Match. Wir sehen halt überall, dass halt Sachen machen, die halt nur deshalb nicht funktionieren, weil sie blind sind. Ich glaube, sie realisieren sich, dass sie alle nicht genug Geld haben. Ich bin sicher, wenn sich jemand dransetzen würde, das würde ich von vorne bis hinten durchrouten würde, dann, ja, dann hätte man halt so wie ein Blindfolded Speedrun, so Golden Mushroom. Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst, was für ein Mini-Spiel das ist. Hey, Sie wissen welches Minigame es war. Aber es bringt Ihnen wahrscheinlich nichts, das zu bestehen. Das war Luigi! Das war Mario! Das war Mario! Moin Azatel! Ja, das ist das, was Esa von Flinkü abhebt. Einfach... Ja. Ja, genau das. Und ich finde es super. Ja, ich feiere es auch total. Ich feiere es auch total. Ja, vor allem, apropos feiern, gerade waren sie sich nicht ganz sicher, ob da jetzt Mario oder Luigi gefeiert hat. Also wer da jetzt gerade gewonnen hat. Ohhhh, Lord have mercy. Dank Kang ist jetzt bei Koopa und verliert jetzt Münzen. Ohhhh, er war beim Millennium Star und er hat nicht genug, oh nein, er hat nicht genug Münzen. Er hatte nicht genug Münzen. Jetzt hat er genug Münzen. Aber Sie wissen jetzt, wo der Stern ist. Ja. In der Reihenfolge, wie sie da sitzen. Also, ähm... Ja. Genau. Boopsia ist Mario. Dann ist es, äh... Ich bin mir nicht ganz sicher, dass es dann Chrism war, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm... Ja. Ja. Also, wer die Leute sind. Also, es ist quasi... Von den Runnern ist es von rechts nach links Mario, Luigi, Donkey Kong und Daisy. Ja. Superbank. Ja, du bist in der gleichen Platz. Nein, ich bin weg. Auch er hat kein Geld für den Stern. Im Prinzip der einzige, der das hat, ist Donkey Kong und... Ja, er muss erstmal bitte da hinkommen. Äh... Das ist ein... Poison Mushroom. Okay, äh... Wer auch mal jetzt den Poison Mushroom hat, der kann sich jetzt nur auf drei Felder vorwärts bewegen, die nächste Runde. Das ist ein Poison. Das ist ein Poison. Und du... Ich war da an Intersection. Wo... Wo bin ich? Der Reihenfolge hat keine Ahnung, wo er ist. So... 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 The one you bought will be the second one. Daisy setzt jetzt die Butter Box ein. Das heißt, sie wird jetzt zu niemandem an... Ein... Item stehlen. No, you can't choose people without items. Oh, yeah. Then he got mine. Yeah, you got something. If we have to miss you items, Samu. Ah... Hä? Oh, wow. Das war jetzt nicht der Move, den du machen wolltest. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ähm... Cheap Cheap Chase. Ähm... Wir müssen den Cheap Cheap wegschwimmen und der erste sein, der halt die Finne Steine erreicht. Und dürfen halt nicht gegessen werden. oh 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 nee 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 Donkey Kong? Nein, das ist eine Bombe Nein I've gotten so far Finish Bro Welche Überraschung Ich glaube ich verschlechter von dir Sehr schön Ah, ich feiere das, ich feiere das, wirklich. Ich auch nicht. Ich weiß, wo ich bin. Ich auch? Was ist das? Ich weiß nicht. Oh! Es ist so lustig, dass du den Sound hörst. Magiklamp? Okay. Hat er die Magiklamp? Aber jetzt hat er nicht mehr genug Geld für den... ... für den Sterben. Es gibt noch weniger Geld für den Sterben. Er hat eine Sky-Espacet-Chance-Time-Azure und ein Battle Minigame. Wenn ich mich recht erinnere, es gibt viel. Es gibt auch noch Older Night, aber es hat nie begonnen. Herr, bin ich. Ich habe noch mehr freshmen, okay? Hat er sowasIVET? Ja, das Poison-Mushroom, aber ich habe den... Oh, okay. Aber mit dem normalen Mushroom könnte er den Poison-Mushroom att 평omieren. Ja, das ist eine der Fähigkeiten des normalen Mushrooms. Und? Bowser! Und wir kriegen Geschenke. Eine Forward Route und eine... Wir haben eine Forward Route, also wir können ein Feld weiter bewegen. Und schon wieder werden die Feldzeichen umgedreht. Ja, aber sie wüsste, dass es nach rechts geht. Was macht er jetzt? Keine Items, wir können also nichts beratern. Ich glaube, er realisiert das gerade noch nicht, dass er in dem Menü ist. Oh Gott. Doch, aber er dachte, er hat noch Items. Hat er aber nicht. Mit Tax. Auf der Bank? Oh, er landet auf der Bank. Du landet auf der Bank. Ja, ich mag das. Und er kriegt 10 Münzen. Ja, ja. Next to Star. Ja. Ja. Und seit du landet, hast du eine hohe Chance, um es zu bekommen. Äh, Paddle Paddle. Was? Was? Verlegt ein Bunch of Coins müssen wir machen. Ohne von Hammer Bros getroffen zu werden. Oder... You gotta press B and A. It's a paddleless one of them. Oh, Samu. Go clockwise. Like very... And just... Actually just mash A Samu, okay? Wait, how do you know that you're in the team with him? I'm just assuming. I don't know. And Kong-Daisen machen das nicht schlecht. He had a green space, I had a green space, so... You know. Outside the green space... Oh no, I didn't. I had coins. I had coins. I like green coins. Und bei den... Es ist ja auch kein... Es ist ja ein blindfolded Jordan. Es ist... Die Runner haben ja selber gesagt, dass es kein Speedrunner ist. Es ist einfach nur eine Fun-Time. Und ich finde, man merkt darauf wirklich, dass es eine Fun-Time ist. Also ich habe auf jeden Fall Spaß beim Zugucken. Eben, ich auch. Es ist eben diese Tatsache, dass es alles so komplett random ist. Ähm... Selbst Mario... Diese Randomness ist ja auch bei den Mario Party Speedruns vertreten. Also das ist... Es ist einfach so. Mario Party ist die... RNG... Ist auch ein RNG-lastiges Spiel. Uh-oh. Uh-oh. Okay. Interessant. No Warterbox hat jetzt dann gekangen gekriegt. Also ich habe... Eine Lamp und eine gute Item. Interessant. Und ich lande es auf der Item-Space. Und es will. Und es will. Gib mir all dein Geld. Ich brauche es. 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 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Don't flip over a Baby Bowser-Card. Sie müssen noch rausfinden, dass sie dieses Minispiel haben. Doch, sie wissen das Minispiel, sie wissen nicht. Ach ja. Wer dran war. A Draw. Nee, doch nicht Draw. Nee, nee. Nein. Jetzt ist die Karte tröpflich. Oh, das ist so lame. Meine Coins. Sie wissen nicht, wenn keine Karten sind. Sie wissen nicht, wenn keine Karten sind. Ich glaube, die Karten sind auf der Seite. Also, Chris wins für 3? Ich habe noch nie gespielt auf der 1. Ja. Ich glaube, ich habe 2. Platz. Let's go. Oh, lol. Mach your one. Aber auch nur, weil der letzte war, der überlebt hatte. Wow. Last Man Standing. 28 Münzen hatte er jetzt. Ja. Einfach, weil er nicht dran war. Ja. Okay. So that's the guy. The guy? The bottom guy? The mole? Und wieder die Pfeilzeichen umdrehen. Nee, diesmal haben sie nein gesückt. Ah, klug, klug, klug. Where are you? Top of the map. Item Game. So. Last time we couldn't figure out. Swing. 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 Hit the Baby Bowser to get the chest. Well, have fun. Is it A or B? Either. Die müssen halt Baby Bowser treffen. Er hat einen getroffen, ne? Und finish. I don't know what I got. I can't be quiet. I'm assuming this is not very good. So. Oh. 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 I can afford it. No money. No money. Oh, I feel broke. The start to the bottom right in the map. But you're starting the loop. The start to the bottom right in the map. The start to the loop. 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 So, what's now? Winners! Wheel. Ahh. Get an item by stopping the wheel. Also die müssen das Rad aufhalten. Ein Umdreh-Mushroom. Ah ja, das sparkelt wie ein Gold-Mushroom, ich glaube. Ich weiß nicht, wie es die gleiche klingt. Ich bin nicht sicher, wie es die gleiche klingt. Die letzte Person, man muss halt die perfekt wiedergeben, was da für ein Rhythmus vorgegeben wird. Oh nein. Oh, komm mal. Ich bin sicher, dass ich mich innen bin. Da ist man standing. Nein, das ist nicht. Ah, verdammt. Ich werde einfach nichts machen. Jemand hat eine 3-Win. Nein, das war Sam. Sam war das letzte Mal. Und Daisy hat gewonnen. Und wieder die Pfeiler wurden gedreht. nicht, dass das was auch machen würde, weil die sehen ja sowieso nichts. wieder das, ähm, Item. Wie oft wurden jetzt die Pfeiler hin und her gedreht? Oft. Also ein paar Mal haben sie es ja gekauft dafür. Und ein paar Mal ist es halt auch einfach zwischen den Runden, dass das, äh, mit, entweder mit der Chance oder einfach was da sehe ich. in der zweiten Runde bin ich mir nicht ganz sicher, dafür kenne ich das Spiel zu wenig. Das ist so viel, wenn ich meine Pille absetzen würde, okay. Ähm, Shopping. Ist es? Oh, es ist Shopping. Ja, es ist Shopping. Ah, okay. Kannst du jetzt nicht nur für die Münzen entkaufen gehören. Aber es ist sehr günstig. Es ist sehr günstig, ja. Ähm. Es ist halt so ein bisschen den Charme dieses wundervollen Chaoses aus. Genau. Sehr günstig. Jaguene. Es ist echt, wie wir sind. Äh, aber bleibst es! Ich weiß so, wie es bei Samu ist. Mit, keine Geld. Ja. Cool. Das ist wie Samu liegt, er ist im gleichen Raum als du. Es ist in einer Reihe am. Ich weiß es nicht, dass du in einer gleichen Raum als ich? Ja, ich leide. Obwohl sie sogar wissen, dass sie auf dem gleichen Feld sind. Ja, ich leide genau. Ja. So, was mit Snowball, Snowball, Summit? Ähm, kill your opponents with Snowball and avoid theirs. Also die müssen sich gegenseitig mit Schneebellen umbringen. Ja, jetzt müssen wir erst wissen, wo sie sind. Oh, lol. Why did I just assumed I was bottom right? Why did I die? For no reason. Did someone hit me? I must have moved. I must have moved. I think I moved too much then. Who won? It didn't make a sound. You did it. You did it. You're the only one that didn't move. Ich sehe schon, wie das ganze funktioniert. Immer derjenige, der am letzten, dass die alle draufhoffen, der Last Player standing zu sein. You spin the circle and throw the Snowball in away directions? I shouldn't move. Oh, yeah, me too. Okay, ähm... What could my second item be, that could be useful? I don't think I have anything useful. Oh, Donkey Kong, du hast ganz schön viele praktische Items. Is the star on the right side of the board? Ja. Aber er hat gerade so gedacht, I don't think I have anything useful. Ah, nee. Okay. Äh... Forward Fruit oder Plus-Coin Fruit? What? I thought I'm at the start. No. I think you laughed. Because I had reversed and now I'm back. Okay, yeah, yeah, yeah. Forward Fruit. Okay, okay, okay. I didn't get an item. Was er nicht kriegt. Was er nicht kriegt. Oh. Drei... Jetzt hätte er das Geld gehabt. What? I thought I had money. Okay, I got something from the meeting. What's happening? Ah, das Spiel, das Spiel. Are you just gonna be using it? Yeah? Oh my god, that's crazy. Amazing. You gotta choose someone? Fuck me? Ah. Bro. That's reverse or hoisten then? The bully. Has to be, right? One. One. Ahem. Well, I'm gonna be going. It's back. Reverse Mushroom. Hey, what's this? I like this one. Okay. Ah, David. Dann können wir sie jetzt zurückwärts bewegen. Road, Stuhl, Titan, Nap the Mushroom, Mushroom und... Ja. Wir müssen in die Blöcke reinspringen. I can't remember what it is. Is it in irgendeinem Block was... Ah, there is a Pilz drin? Yeah. Oh, wer kriegt den Pilz? Oh! Mario hat den bekommen. No, come on! Ach, und jetzt kann er die anderen kaputt machen. Ja. Los, Pups, hier. Damn it. We got it. Let's just... Wait. Und... Jetzt wird ausgehandelt, ob sie ihn vormachen wollen. Oh, was hast du Pilz? Nein, du bist drüber gelaufen. Oh, das war so nah. So nah nah. So nah nah. So, kriegen die jetzt... Die ersten zwei was oder... Kriegt jemand was? Ne, kriegt jemand was. So, noch 5 Taunz. So, aber den Pilz zu füllen, ja. Da werden die... ...Pile umgedreht. Das war der... ...Reverse Xbox. Oh. Oh, der Reverse Xbox. Ich weiß nicht, was mein zweites IAM ist. Du willst überradieren? Mein erstes IAM ist ein LAMB. Ich weiß nicht, was das ist. Nein! Der zweites IAM ist ein LAMB. Ich überradiere es. Ist es ein Mushroom? Es ist ein LAMB? Oh, vielleicht ist es die blühe LAMB. Was? Ich glaube, es war mein erstes IAM. Ich dachte, es war mein erstes IAM. Was? Er hat nicht genug Wünschen. AHAHAHAHAHAHAHA Item. Item, IAM? Okay, ich weiß, wo du bist. Ja, jeder wird am Boden rechts. Ja, ich bin auf dem Platz. Ja, ich bin auf dem Platz. Ja, ich bin auf dem Platz. Ähm... Finish! Nichts gewonnen. Ich kann nicht mehr Panik, ich war einfach gingen. Ich könnte einfach warten, für den Sound. Ja, egal. Ich könnte einfach warten. Hast du Zeit für ein paar Frequemitionen? Ja. Ähm... Wir haben... ...und die anderen nicht so. Daisy hätte noch genug Münzen. Oh, ja. Ja, er hat genug Geld. Er hat exakt 20. Ja, ja. Das heißt, er hat jetzt 2 Sterne. 20 Dollar. Und die Kommandarie... Go Salmon! Ähm... EAST-Tonations also went towards some of the Incentives. So, we're really close to meeting... ...the next... Ich habe da oben ABC doch noch niemand, oder? Nee. Okay. Ich habe es auf der reine von Beginn, oder auf der bottom left. Es ist eine der zwei. Ich habe es nur auf der reine von der bottom. Nein, auf der middle. Auf der reine. Oder auf der bottom left. Es ist eine der zwei, wahrscheinlich. So, how many stars do you all have? Zero. I'm not sure. I have one or two. One, most likely. I don't remember if I bought one. Is it the horse? No, it's the boat. Oh, no. I practiced this. This might potentially end in another three-minute one, but we need to make five laps. No, I got this. You got this? Okay. I know exactly what I'm doing. I said I'm going to jump into a wall. Yeah. Hey, she's doing well. Hm? She's really strong. Oh, I think I may have been turning too much. Oh, no. I'm sure. Yeah, yeah, that's something. The amount of concentration. I hope I'm going the right way. Mario or Luigi? 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 Huh? 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 Mario and Luigi have five rounds. Oh? 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 I wonder how close that was. Yeah. I feel like I was doing it extremely safe. You must have just been turning a lot. I don't know. I don't know if I was turning a lot or not. I was turning gently. Just to hug the wall with one part of it. That's what I was aiming for. I don't know if it's what I actually did though. Okay. Yeah. It's very interesting to look at how they first might know what game is it. Yeah. They are absolutely all. What? Achso, jetzt tauschen sie wieder. Uh, Goomba. Es wird Münzen novelliert. Ich denke, es ist ja. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich werde wählen. Oh mein Gott. Es wird zwischen eins und neun. Eine Münze, okay. Was wird es jetzt werden? Ich denke, ich bin zu weit von euch. Motor-Router. Äh, ja. Wir müssen der Erste sein, der die Finne-Steine überquert. In einem Röhrenrennen. Es gibt hier noch da, äh, ja. Hindernisse. Ich wünsche dir Glück. Ich gehe in eine Zirkel. Sind wir hier? Ich glaube, ich glaube. Wie auch immer Donkey Kong schreit. Er macht es halbwegs klug. Er rotiert die ganze Zeit. Und kriegt dadurch halt ab und zu einen der Beschleunigungsstreifen mit. Nachteil ist, ja. Oh, nochmal Strom gedoscht. Oh, das war fast. Ja, aber Donkey Kong gewinnt. Finish! Eine Münze gewonnen! Oh, mein Coin! Mein Coin! Mein Coin! Wow! Eine Münze! Eine ganze Münze! Die wird nachher den Unterschied machen. Genau! Ja! Einen Coin richerer! Ich glaube, ich glaube. Ich glaube, ich glaube. Und ich will nicht. Ich will nicht. Ich habe Geld. Okay, cool, cool. Was ist unser Zeitpunkt? Wir sind 45 Minuten in. Oh. Wir sind viel schneller. Wir haben 15 Minuten in. Wir haben definitiv noch 20 Minuten in. 15 Minuten in. Ich dachte, ich wäre jetzt auf einer Reise in die Südsee. Ist das der Womoduck? Ja. Ja. Ihr wisst welches Spiel. Es sind alle zu weit unten. Ja. 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 Das war Dresdor. Ein Golden Rush Room! Hallo Raceria! So jetzt, wo ist man und wo möchte man hin? Boah, sie glitzt im Kreis! Ja, der Call war halt, dass der Stand unten links ist. Wir wissen, dass er das nicht ist. Nicht mehr! Ey, unten links hat er ja noch nie. Nachdem sie ihn unten rechts ergeser wird haben, war die Aussage, dass er jetzt vermutlich unten links ist. Das ist halt falsch, das wissen sie jetzt. Ähm... Ja, aber das muss er halt erstmal ausprobieren. Daisy nutzt sein Kokon als Trampolin! Oh, Luigi hat Mario erwischt! Oh, Kokonut, Kokonut! Wer ist da? Wer ist da? Ich weiß nicht, aber wir haben die Person. PK1, ich weiß das. Ich glaube, ich war in der gewinnen-Team. Ich glaube, wir können Examen machen. Ich glaube, wir können Examen machen. Du hast mich geholfen. Hast du mit mir geholfen? Ich glaube so. Just too predictable, dude. Und wieder die Zeichnung wird umgedreht. Keine Items? Okay. Okay, was kauft er jetzt? Ich habe eine Magic Lamp. Okay, und er hat auch noch Geld. Ja, das heißt also, wenn er jetzt die Magic Lamp nutzt, dann... ...ja. Oder ist der Stand teurer geworden? Nee, die Magic Lamp hat immer 20 Coins gekostet. Nein, nein, ich weiß nicht, ob der Stand teurer wird. Nee. Ich meine nicht, ich meine nicht. Ist das auf der rechten Seite? Willst du mir das sagen? Nein, wenn ich die Unternehmung drücken muss, dann muss es auf der rechten Seite sein. Es ist entweder auf der rechten Seite oder auf der rechten Seite. Ich glaube, ich bin bei der Tür. Der Gander? Ich möchte dir sagen, Fuzzy, die Richtung muss auch cyklen. Wenn du zweit aufhörst, dann wird es ein Trainier. Das ist falsch. Ja, das ist das Spiel vorbei. Ich bin ziemlich sicher. Das ist das. Ja, das ist was ich wollte. Das ist genau das, was ich wollte. Gib mir die Coins für den Stern, Mann. Das ist viel Geld. Mein Gott, Mann. RG, 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 RG. Er muss jetzt gebettelt werden. Ja, er wollte das Battle. Damit er Münzen für den Stern bekommt. Also, Circle Mr. A in Clockfest Direction 5. Wir müssen dieses Auge 15 Mal gegen den Uhrzeigersinn runden. Okay, okay. Nein, im Uhrzeigersinn. Nicht gegen den Uhrzeigersinn. Das dauert mich zwei Monate zu gehen. Mario ist gut dabei. Ja. Daisy muss erst herausfinden, welchem Indie spielt sie ist. Ja. Irgendwo das Auge ist. Mario und Donkey Kong ganz unter sich ausmachen. Oh no. Luigi ist gettet. Ja. Mario hat einen Vorsprung. Das ist gut für ihn. Ja, das ist erst dann angefangen. Er ist aber knapp auch in einige in der Feuerohr gelaufen. Was ist das? Du, stopp mich aufhören, bitte. Ich werde nur aufhören, jeden Moment. Was ist das? Ich glaube ich war sehr nah. Ich glaube auch, ich war sehr nah. Ich bin auch okay mit diesem TIE eigentlich. Das heißt, wir werden Coins bekommen? Wir werden alle Coins zurück. Das ist gut für mich. Wir werden Coins bekommen. Ja, wir werden auch noch Coins bekommen, oder? Ja. Okay, alle kriegen ihre Coins wieder zurück. Mir fällt gerade auf, dass sie alle jetzt relativ viele Coins haben. Das stimmt. Wie er einfach schon wieder bei dem Baum ist. Was ist das so warm? How are you going in your circles? I don't know! How many times is it free up? I mean, I get to guess I get to guess. You're getting a Happening Star. Yeah, you're getting a Happening Star. Is that you? Yeah, it's me. There's four turns left, right? Finanzel, right? Where does the default for down or up? Just try. If you hold up, it should go up. Hey, he left by the home! Okay, now he went up. Ah, er geht nicht in noch spaced a City� vor. Und wieder der Dino. Ja, die Frage ist, wer es pupsst jetzt, wenn ich das machen muss? Ne, ich glaube nicht. Ah, noch? Aha! Ah, er hat es gecheckt und er kriegt den Skelett-Schlüssel. Weißt du nicht, ob der ihm was bringt? Damit lässt sich dieses eine Tor öffnen unten. Ja, genau, aber das Tor ist ja gerade auf der falschen Seite der Map. Ja. So, Babzi, warum gingst du hoch, wenn du den Star-Wars-Bottem-Lechst? Weil ich nicht immer wieder zurückgezogen habe. Wait, wait, was ist das passiert? Hold on, hold on. Ich ging runter und da war ein All-Star. Oh, du ging runter? Ich habe keine Ahnung? Ja, also eigentlich müssen Sie jetzt wissen, dass der Stern nicht unten längst ist. Ja. Ja. Äh, with Sharks. Das ist... Land on a barrel to get an item. Oh, er ist nach hinten, der hat gesprungen. Oh, das war schön. Oh, ein nettes Spruch, Leij. Viele Coins, aber meinen den Stern wie ich ein Fitnessstudio. So, du könntest ja eine Lamp kaufen, ne? Ach, ne, halt fast so, ich hoffe, der hat gar keine Magic Lamp, der hatte nur eine Lucky Lamp. Der hat den Skelett-Schlüssel, den Knochen-Schlüssel. Darknext, das ist sehr faszinierend, der zu anzusehen, ja, definitiv. Ice-Rink-Risk. Ah, Ice-Rink. Avoid the Spike-Cupersheds and force the others into them. Ah, that was so... I think we should have moved. Okay, und Ice-Rink hat einfach nichts gemacht und, äh... Hat gewonnen. Hat gewonnen. So geht's auch. Oh, jeez. It took us too long to realize, until they... Alright, final time. Oh, was sie? The Easy Wings by doing nothing, genau. Last time. Letzte Runde. Genau. Du nimmst deine Magic Lamp und, äh, kaufst dir den Stern. Oh, du baut es, richtig? Du hast einen Stern. I don't know, but I don't think I do. Unless the Gamp, unless the Battle of the Dig give me the money. If you, if you, if you use twice the Lamp and don't have money, that's... That's a bit of a AX. Sam would just carry probably winning that menu in. Mmh. Yes! Oh, no! Let's go! Is that your first? Yeah. Okay, okay, okay. Okay, jetzt hat jeder eine Stern außer Mario. Also Waps, ja. Wird da jetzt auch irgendjemand hinkommen? Vermutlich, vermutlich mich. Nee. Nee. Okay, next is the... Well, you move. Down or right? Waps, oder? Ja. Oh, is that the mole? No, it's down or right. Where's down or right? Am I by the gate? I don't know, man. I'll go down. I think it's... Yeah, I'm by the key. Gamble? Dance time. I think I landed on the Gamble minigame or I had no coin. I may have 20 exactly. Nee, alte minigame, aber letzter turn, deswegen macht's keinen Sinn, das so zu spielen. Ja. What just happened? Was the key? Oh yeah, I've been through my key. This key. Throw the key away. Your home will pass. Oh, 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 no way. Wenn da jetzt noch ein Stern drin ist. It's an item, it's an item, it's an item, it's an item. Dann haben wir da einen key bekommen, den wir gerade weggeschmissen haben. Ah, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, no item. This make me feel. Oh, oh, oh. I want to go up. Wo sind Sie? Sind Sie in der Maw? Das könnte der Maw. Das ist nicht der Maw. Nein, Sie sind nicht in der Maw. Sie sind gerade überlegen, ob Sie wieder in dem Maw-Woff-Maw sind. Nein, Sie sind nicht. Er muss sich für eine Strecke entscheiden. Geh oben entlang! Ja, oben! Das ist eh egal, wo ich letzter gehört habe. Ja. Und, ach da wurde er noch bei der Schüssel weggeworfen. Ok, es gibt noch ein Minigame. Spiele 1, 1 gegen 3. Oh, ok, das könnte noch kurz dauern. Wer war gelb? Wer war gelb? Wer war gelb? Wer war gelb? Also nicht ich. Uh, diese FOMS war nur zwei Konkrenzer über die FOMS. Wir müssen halt die FOMS an einem oder wie auch immer. Das 3er Team ist am Strugglen, weil sie doch nicht so genau wissen wer da drin ist, oder? Ach ich glaube sie wissen es. Aber sie wissen es halt nicht in welcher Reihenfolge. Ja. Und Donkey Kong kommt ganz gut vorwärts. Alter von. Alter von. Er weiß welche Knöpfe er drucken muss. Ah ich glaube jetzt haben sie es aus. Nämlich alle. Er geht einfach alle Knöpfe durch. Ja. Hey. Okay. So. Und jetzt sehen sie wer gewonnen hat. Wie fühlst du? Ohhhh. Ich denke ich habe es ziemlich gut gemacht. Ich glaube ich habe nicht den Konustar-Star wie alle. Wir wissen wer was passiert. Ich habe 0 A-M und 1 Star. Ich habe nur 1 Star. Ich habe auch 1 Star. Ja. Oh. Prism. Und Bubsy hat die meisten Münzen. Minigame. Es ist got to be deep. Waaat? Waaat? Wieaaat? Waaat? Das ist von den meisten Minispiele gewonnen. Und am meisten Coins. Woaaat? Waaat? Pupsi hat gewonnen. Pupsi hat gewonnen. Wir verraten. Wir werden für die Verraten. Wir werden wirklich verraten. Jaa. Glaub ich zumindest. Und Daisy müsste gewonnen haben. Daisy hat gewonnen. Ich werde nur sagen, dass ich nicht so viel mag, wenn die Mini-Games wir spielen. Der Richter hat jetzt 3 Sterne gehabt und am meisten Minzen. Oh, du hattest einen 1-Star. Ich bin nicht zuletzt. Wie habe ich 78 Coins? Ich bin nicht sicher. Wie habe ich 78 Coins? Ja, du hattest 3. Ja. Okay, so. Ich bin so nah mit der Coinstar und ich gamble. Ich habe die meisten Mini-Games. Ich hatte 27, als ich die Gamble gemacht habe. Ja, ja, ja. Sehr schön. Wunderbar. Ich habe nur 27 Coins für mich. Das Minigame war ziemlich nah, überall. Es gab 1-2 Minigame unterschiedlich. Was ist das? Was ist das Happening? Wir wissen, was ist das Happening. Ich habe 4. Du bist immer da. Every round. Wir sind immer da. Es gab 3 Ballsers. Luigi, was ist dein Problem? Huh? Du hast nur Happening. Wo ist das? Oh, das ist das? Ich habe eine der Signen geändert. Ja. Ja. Ich habe viele Item-Games. Das war gut. Ja, sie hatten echt viele Item-Mini-Games. Billy, the better player one. Yeah. Gigi, should we tweet this? Damn. Yeah. Oh, it doesn't work. It works. It works. Okay. Aber sieht so aus, das machen sie doch. Ja. Als ob sie noch ein bisschen was machen. So. Ähm. Let's set this up here. Let's think about what would be. Good choice. I really like the Puzzle. Yeah. Let's. That's. We didn't have the call off. Let's do it. We didn't have the call off. This minigame here is really fun because you can get really lucky and get really big combos. By just doing nothing. What do you mean? There's actually like lots of skill involved in this one. Okay. Let's do it. Good luck. Are we ready? Everyone? Good luck. Good luck. Okay. Jetzt wird Tetris gespielt. Oh, 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 oh. Bei diesem, bei wissen sie immerhin, dass, äh. Es geht das mit verschiedenen farmbögen Blöcken. Es funktioniert in so 90% aus der Maschine. Das ist das einfachste Win in der deiner Welt. Oh, das ist ein großer Combo. Buss- costly. Glob-combo, ey. Okay, Wabsy hat einige Punkte gesammelt, mmh. Oh, ich weiß nicht. Ich bin da. Ich bin da. Oh, 110! Ich kann nichts sehen. 72. Ich habe 30. Ich habe 30. Ich sterbe? Ich weiß nicht. Ich war zu late. Das ist mein Rieskid hier. Wir brauchen eine Snowball-Re-Match. Eine Snowball-Re-Match. Wir können die Ruck-In-One. Ruck-In-Raceway und Pipeliners sind beide gut. Ja. Das ist das. Das ist die RNG-Fest am Ende. Okay. Ich mache es einfach. Good luck. Do you hold left or up and down? Up and down. Oh, up and down. Up and down AB. Okay, sie macht wieder nichts. Ah, jetzt. Einfach wird durch die Gegend schlagen. I think fine. Okay. Was das 0? Was das 0? Oh, no. Oh, no. This one you wanted? Yeah, 0. So this one you need to press A, B, A, B. A, B, it is? Terrible. Terrible. I know if you don't spin out, you have the right amount of meter to get this. Good luck. Good luck. I have no idea where I'm spawning. I don't know how fast you can mash because you like, start to drift to go too fast, right? Okay. Tacy, mach mal schneller oder du bist ein bisschen hinterher. Ein bisschen sehr hinterher. Ja. Aber ansonsten ist halt Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja, zwischen... Oh, ja. Oh, lu... Dreher, Dreher, Dreher. Aha. Die Brüder liegen vorne. Die Brüder liegen vorne. Oh, I think I got this. Und... Lötchen gewinnt. Did you get the second one? No, we didn't get the photo finish. Um einen Nasenspitze Länge. Uh, I don't know. Mario hat sich nochmal eine Sekunde vor der Ziellinie gedreht, sonst wären die beide gleichzeitig ins Ziel gekommen. Ja. So this one we played. Oh, that was the one, okay. Yeah, we played the card one. Let's do Slapdown. Storm one. Or the Piranha Plant one. We should definitely do one RNG, one like this, one two later. Yeah. Storm Chasers is good, and Slapdown is also very good. That's what this one was. Just guessing who played the right time. And RYAC. What's the pattern? Oh my god, this is so random. I mean, there's strats. Just don't trip. And also, there's actually, there's actually a pattern where the cloud goes clockwise. So it's better to run clockwise than counterclockwise. Now you know. It's just a wonderful chaos. Okay. What should they do? What should they do? What should they do? Any points? Any points? Or the red pine? Any points? Any points? Oh, I got like zero. How does he do this? What? Ich hatte die Strats, Mann. Er hat wieder gewonnen. Es ist einfach Chaos. Es ist wunderbares Chaos. Ja, ich liebe es. Äh, Slapdown. Nein, das ist ein Verlust. Ich habe alle meine Glück. Sie müssen die richtige Blume erwischen. Oh, einfach nur, ja, wie wir das machen, blindfolded. Jetzt hätte man schlagen müssen. Oh, egal, egal. Ja. Oh, das war die letzte one. Das war die letzte one. Oh, das war die letzte. Das war die Fans. Wir können die andere. Wir können die Blume. Wir können die Blume. Wir können die Blume. Wir können die Blume. Das ist ein Quicker A, B, Z. Das ist ein? Ja. Das ist ein Dramonte. Das ist ein Dramonte. All right. Well, you have to guess the right like. Ja. Es ist die gleiche. Es ist die gleiche. Es ist die gleiche. Die Button, guys. All right. Oh, das ist die Frage. All right. Are you an A kind of guy, or a B kind of guy, or a D kind of guy? I'm a Z kind of guy. Definitely. Ich glaube, ich bin in der großen B, für die B-Emojis. Oh, sie müssen... Sie müssen erraten, welche Figur in welchem Tor ist und wer dann am schnellsten das erraten hat. Nicht nur die Jungs haben Spaß, auch wir haben unseren Spaß. Okay, jetzt machen sie auch das Video-Game-Setup. Quasi random. Dass sie nicht wissen, wer in welchem Team ist. Ach Gott, das wird Herrliches Chaos werden. Sie müssen das Feuer löschen. Jaaaa... Also Mario und Daisy haben einen schönen Wasser-Strahl. Während bei Luigi und Donkey Kong Nebel rauskommt. Was nur zielen ist das Schwierige. Was ist das? Ja, du verbringst das... Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, jeez. Das war's. Ist es das erste? Ist es das in den Mario Party 3? Es ist. 3 und 4 haben die Blast. Oh. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Wait, was? Big Blast ist in 4 und in 3, right? Oh, das ist in 2 und in... Das ist in 2 und in 4. Es ist nicht in das Game. Nice to know you. I'll tell you why your blindfold man, you never know. Oh, 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 oh. Last skill track. Okay, this is gonna be our last minigame. Put your guesses in the chat. I think I know. Is there strat on the color shows? I'm pressing it at a specific time, man. I swear. This is stupid, man. I did win this last time though. You did win this last time, yeah. Okay. Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Let's go check. He's herb. He's herb. He's herb. He's herb. He's herb. He's herb. One of you chose red, I swear. Never choose your own color. Red is dead. Green is lean. Blue is lean. Hello, hello. No one. No one. Yeah. Okay. No one. No one. No one. No one. Donkey Kong. So, Chris. Just twice in a row. Undefeated. Skill track here. Okay. I got this. I got this. 100%. Oh. Skill issue. Hey, Chris. Guess what? Game's just too easy. Hi, Legend Dragon. Game just too easy. Thanks for having us. That was a lot of fun. Yeah. Thank you. Thank you for having me. Yeah. Thank you for joining this blindfolded Mario Party. It was really fun. Definitely a different kind of showcase, but yeah. I hope it was enjoyable. Yeah. Yeah. A little bit. Any pausing of exit. Can't wait to see what we've been doing. So, yeah. That's it from us. Thank you very much. And take it away. Thank you so much for this interesting run. Next, we will have Stardew Valley by Kapila. And this is a crowd control run, so get your donations ready. But yeah, so don't go anywhere and we'll see you back again soon.